Hey und Willkommen, ich bin Herr Bergmann und wir spielen immer noch Minecraft Jungle Stream Folge 4 mit Sturmwaffel und Max und aus irgendeinem Grund ist hier ein Zombie. Ja, da hat jemand in den Server Einstellungen nicht richtig aufgepasst, ne? Ich hab da nichts gemacht, ich bin nicht schuld, ich bin da raus. So, hallo liebe Rekruten, wie geht es euch, wie steht es euch, wollte ich gerade sagen. Wo ist denn das Schwert her? Das ist kein Schwert, das ist ein Holz, ich verprügel den mit einem Holz. Das ist ein Stick, das ist ein Stick. Alles super, wie geht es dir? Immer noch krank, immer noch krank. Ne, aber sonst ist alles normal im Step und wir haben ja beim letzten Mal megamäßig verschissen hier irgendwie bei dieser Minecart-Geschichte. Ich bin glaube ich irgendwo hingefallen, wo ich nicht hin sollte. Und das mit diesen Dingern hier habe ich immer noch nicht geschnallt. Ich auch nicht, also das Einzige, wo wir uns hier einigen konnten, war, dass wir gemeinsam ein Prozentzeichen gesehen haben. Richtig, in diesem Tempel da oben. Was hier nicht angezeigt wird. Doch, oben rechts da. Ach ja, natürlich, klar. Deswegen haben wir den Hebel auch nach oben gemacht. Ja, dann war das ja falsch. Ne, das ist die Frage jetzt. Das wird doch dann bestimmt diese Bahnweichen da irgendwie umleiten, dementsprechend. Ja, spring doch mal einer von euch rum. Genau, warte. Lass das jetzt mal so. Jetzt lass das mal eben so. Ne, ich fummel jetzt mal kurz hier rum. Ja, genau. Hab ich doch gerade schon, jetzt hör auf. Max, du bist blöd. Ich will mich gleich einmal sagen. Du bist blöd. Du bist blöd. Ja, schrieb doch. Ich fummel, ich liebe dich, ich liebe dich. Du bist blöd. Ich fummel jetzt hier rum und du sagst mir, ob sich da irgendwas ändert. Ich hab doch schon rumgefummelt. Jetzt hör auf. Ja, aber also, Junge. Der ist gerade losgefahren. Jetzt mach mal. Ich sag dir, ob das geht oder nicht. Ja, hau mal rein. Okay, dass ich hör's? Nein. Doch, irgendwas ist passiert. Ja, aber auf der Strecke höchst wahrscheinlich. Nicht hier. Ja, warte nochmal eben jetzt. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Jetzt hör auf. Ja, ich hör auf. Ja, alles ist gut. Alles gut. Hör auf. Jetzt nichts machen. Alles ist, so ist genau richtig. Du bist wieder, hä? Hä? Was ist denn? Alles gut. Du stehst bei uns hier. Nee, ich bin hier unten. Nein, du stehst bei uns. Ich bin hier unten und ich brenne. Nein, es ist alles gut. Ich bin gleich am Ziel. Ich sag doch Scheiße hier, Mann. Nee, ich bin am Ziel. Hier, John ist ein Franks, Alter. Ich bin am Ziel. Ja, alles gut. Also, hast du die auch wieder normal eingestellt? Nee, ich weiß nicht, wie es normal eingestellt war. Ich weiß nicht, wie es normal eingestellt war. Auch oben, beides nach oben. Ja, okay, das habe ich gemacht. Aber ich habe es ja währenddessen alles so ein bisschen umgestellt nochmal. Ich habe dir doch gesagt, lass es. Ja, aber ich wollte ja... Warte, warte, Bergmann. Mach ich es erstmal, sonst warte ich. Ey, jetzt kommt die, Leute. Ja, gut. Das ist ja schon mal alles richtig spannend gelaufen. Und ich glaube, ich fahre auch auf jeden Fall anders. Ja, nun sei doch mal leise kurz. Ich sehe, ich kann... Oh nein, ich bin so blöd. Alles richtig? Ja. Du stehst jetzt nämlich auch gerade hier neben mir. Ich sehe von mir schon eine kleine Jump-Action. Und ich sehe es schon kommen, dass wir Fräulein Bergmann mal wieder Portfetten müssen. Und Waffel, du darfst spielen. Da hätte ich auch weiterfahren müssen vielleicht, vermutlich, ne? Ja, man sollte ja immer bis zum Ende sitzen bleiben, oder? Ah ja, auf jeden Fall. Jetzt fahren wir echt mal geradeaus. Nicht so in der letzten Folge. Ich hänge hier fest, verdammt nochmal. Gut, was habe ich heute Morgen zum Frühstück gegessen? Ich habe ein Brot mit Nutella gegessen. Und auf die andere Scheibe habe ich mir Salami gelegt. Und dann alles beides zusammen, so ein bisschen? Dann habe ich mir so eine kleine Klappstunde draus gemacht. Und, äh, was habe ich gesungen? Sommersonne-Kaktus. Oh, ich brenne. Hat irgendeiner von euch noch was zu essen? Nee, ich bräuchte auch. Aber ich kann dir hier ein Stück Holz geben, warte. Da, bitte sehr. Das ist so lieb von dir. Oh, ich will jetzt nicht... Ich kann doch mal ein bisschen Baumrinde essen. Wieso hast du Holz, wenn wir die offiziell nicht abbauen dürfen? Das war von dem Boot. Ich habe doch die Boote alle zerstört aus Versehen. Übrigens, wenn wir jetzt gerade hier noch kurz warten... Kann man da durchslurpen, oder müsst ihr raus wieder hier nochmal? Nee, hier, hier, wo geht's hin? Komm. Ja, nee. Gut. Während ihr das kurz macht, möchte ich nochmal kurz schwenken und meinen Blick zur Kamera wenden, um eine kleine Leseecke vielleicht heute wieder zu starten. Und zwar möchte ich noch auf zwei... Nein! Nein! Oh fuck, Mann! Und zwar wollte ich noch auf... Es steht Sturm machen viel beim Versuch, der hat übrigens den Max zu entkommen in die Lava. Ja, das hat ja gut geklappt. Oh, mag mich jemand porten, ich will den ganzen Weg nicht nochmal gehen. Nee, tut mir leid, das geht nicht. Also die zwei Kommentare, auf die ich eingehen wollte. Der erste war von Sumo-Trinker, ein hervorragender Nickname. Der hat sich gewünscht, dass ich wieder mit Shadern spiele. Das ist aktuell noch nicht möglich, weil ich ja das Tutorial gemacht habe ohne Optifine. Und ohne Optifine ist es bei mir auch, bei dieser prachtvollen Schönheit hier unmöglich, mit den Shadern zu spielen. Aber ich arbeite bereits in einem neuen Tutorial mit Optifine. So, und der zweite Kommentar, ich habe den Namen mir leider nicht notiert, fühle dich trotzdem geehrt. Der hat... Ey, was war das denn? Hä? Online? Ist das hier richtig? Wir müssen... Wir haben... Wir haben Spawnpunkt verpasst. Wir können nicht immer so weit laufen. Ja. Ey, jetzt musst du uns porten. Ja, es gibt auch nur noch einen Minecart. Nee, ich port dich nicht. Du musst uns porten. Es gibt nur noch einen Minecart. Wir kommen uns nicht mehr zu dir. Ja, okay. Wir sind... Das kann nicht sein, wieso sind hier Tiere? Äh, so Tiere, wollte ich gerade sagen. Wieso sind hier... Pass auf, ich porte euch. Wir nehmen mich ganz kurz. Ja, dann lassen wir dich auch ausreden. Tut mir leid, ja. Rede weiter, bitte. Der meinte nur, und das betrifft uns alle, dass wir doch bitte untereinander teilen sollen. Das heißt, wenn wir Kisten haben, dann sollen wir nicht irgendwie ausrasten und jeder schnappt sich das, sondern wir lassen dann etwas dafür drin, für den anderen noch, für den Nachfolger. Leben ist ein Wettkampf, Alter. Das glaubst du doch selber nicht. Na klar, ich würde mich da gerne dran halten. Ich würde mit euch ja unglaublich gerne das zusammenspielen, aber ihr seid einfach solche Kackbratzen, das geht einfach nicht. Du bist ein abgefuckter Egomale. So, hier passiert irgendwas. Irgendwelche Monster dahinten ist ein Creeper. Bist du hier jetzt wieder bei mir? Ich bin irgendwo... Habt ihr alles auch friedlich gestellt, ist vielleicht bei irgendjemandem hier was falsch eingestellt, also... Max, ich bin nüge, ich bin auch... Dass du hier einen Multiplayer hast, was normalerweise für einen Singleplayer ist, das bringt dir hier gar nichts auf, irgendwelchen Online-Zirmen. Ja, ist ja ein Rastet. Wow, wow, wow. Seid ihr jetzt hier? Ja, bin da. Da hinten, dann geht mal vor, da hinten ist nämlich ein Creeper. Dann könnt ihr ihm mal so ein bisschen handshaken. Geh mal vor, sagt er, da ist ein Creeper. Ah, nein, oh, nein, 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 nicht, nein. Oh, fuck. Ey, 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 geht mir doch hier voll auf den Sack jetzt. Ein letztes Mal jetzt. Jetzt muss jeder aufpassen hier. So, jetzt ist er tot, hat die halbe Welt kaputt gemacht hier. Ja, ist doch in Ordnung. Dafür haben wir jetzt einen Zaun. Wir haben hier vermutlich eh völlig kalte Einstellungen getroffen, aber ist in Ordnung. Alles normal im Step. Ja, sowieso, Mann. Hier ist ein Savepoint, alles gut. Hier ist ein Savepoint. Darf ich... Guck mal, Alter. Ey, jetzt hab ich hier noch... Ach, wir sind so tief... Ach, guck mal hier, das ist dieser schöne Effekt, wo ich mich immer gefragt hab, wie man den realisiert. Und zwar sind wir jetzt ganz unten, wir sind also ganz knapp über dem Bedrock, genau. Und deswegen, wenn ihr etwas weiter weggeht, dann seht ihr, dass der im Hintergrund alles dunkel wird. Ja. Weißt du, was ich meine? Und diesen Effekt hab ich mich immer gefragt, wie kriegt man den hin? Der ist so schön, selbst wenn du Render Distance irgendwie auf hoch eingestellt hast. Alter, nichts hier drücken jetzt. Nee, nee. Da kann mich noch jemand schnell porten, das wär so echt mega sexy gerade. Nee, stimmt doch jetzt. Wir haben auch jetzt ein Savepoint hier gesetzt. Ja, aber werd ich dann auch da wieder belebt? Ja, nun komm. Nee, wirst du nicht. Von daher, komm einfach hier, mein Junge, und dann wirst du jetzt diesen schönen Knopf hier, und dann passt das auch. Leseecke ist übrigens vorbei. Aber wenn ihr auch Fragen habt oder Kommentare, schreibt, die besonders interessante Fragen beinhalten, dann werde ich einmal pro Folge eine Leseecke einrichten, in der ich die vorlese. So, zurück zum Spiel. Leseecke? Meine kleine Leseecke. Das ist ein originellerer Name, das ist dir nicht eingefallen. Nee, das muss auch nicht. Leseecke. Leseecke klingt so pädagogisch wertvoll. Weißt du, der Zweck heiligt die Mittel, und dementsprechend wollte ich es simpel halten. I bet, this is some kind of trapdoor. Okay, also sollte sich da einer von euch unbedingt mal draufstellen. Hab ich gemacht, ist nichts passiert. Meine Lieblingsfarbe ist grün, dementsprechend drück ich... Nee, 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 Moment, Moment. Nee, ist schon zu spät. Ja, dann drück ich blau, weil das meine Lieblingsfarbe ist. Ja, ich bin jetzt auch bei grün, aber braun. Ah, da ist das mein Cut gekommen. Guck mal, ihr müsst das rückstellen. Rot, 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 rot. Dann, warte. Ah, nee, nicht schnell. Warte, rot, grün. Ach so. Ach so, ach so. Warte, drück du mal rot, ich drück. Und wo müssen wir denn hin? Wir müssen auf die Pressureplates. Ja, wir müssen ganz schnell grün drücken dann. Jetzt grün genau? Nein. Ey, wie schnell, kann das sein, dass wir... Warte, wir müssen den gelben drücken, warte. Rot, gelb, so, warte. Ey, Max. Boah, Alter. Nein, nein, der fällt wieder zurück, warte mal. Also rot, gelb und dann, warte, blau. Rot, gelb, nee, rot, gelb, doch. Rot, gelb, blau und dann nochmal gelb. Rot, gelb, blau, gelb. Blau, gelb. Rot, gelb, blau, gelb. Ja. Ah, fuck, viel zu langsam. Ja, warte, warte, lass mal an die Schale schalten. Rot, gelb, blau, gelb. Ja, gut, hat sehr, sehr gut geklappt. Nochmal, also rot, orange, blau, gelb. Ja, der kommt ja gar nicht raus. Du musst ja den richtigen Moment haben. Rot, ja, nee, das ist schon falsch. Warte, lass mal aufrein. Mach mal rot. Okay, ich sag euch, wann ihr drücken sollt. Also, Moment. Ja, nacheinander. Ja, rot, dann orange. Warte, rot. Orange, blau, gelb. Rot jetzt. Ja, rot. Gelb? Ja, zu spät, nochmal. Rot. Ganz schnell. Los. Rot, gelb, gelb. Ja, war fast richtig. Nochmal. Ja, jetzt, 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 jetzt. Blau, 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 blau. Gelb. Ja, gelb, nein. Ach, Leute. Ja, ich tu mein Bestes hier. Ja, lass nicht mehr nach hinten. Hier, Matthias, Matthias, bröt hier nicht. So, komm, so ein Alter, Rollmops. So, warte, er kommt nicht. Warte, warte, irgendeiner muss mal Anweisungen geben. Ja, so rot. Rot, ja. Rot, rot, orange. Oh, okay. Warte, blau, blau, blau. Gelb. Gelb. Nein, oh, fast. Das war zu früh. Kann man nicht nochmal blau drücken dann, einfach damit er hinten bleibt? Nein. Ja, doch, doch, kann man, hast du recht. Okay, warte, so. So. Okay, er kommt. Warte, blau, blau, blau. Jetzt, blau. Und jetzt, gelb. Ja, war zu spät, nochmal. Warte, warte, ich bleib mal safe bei blau. Rot, gelb, blau, 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 blau. Blau, 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 gelb, gelb. Oh, ihr seid zu langsam. Hä, wieso, okay, okay, okay. Rot, orange. Ah, okay, jetzt habe ich es gecheckt, jetzt habe ich es gecheckt. Komm, komm, rot, orange. So, er kommt. Blau. Nein, war zu früh, war zu früh. Ah, Moment, bleiben die nicht permanent so? Bleiben die nicht permanent so? Nein, die bleiben nicht permanent so, sonst wäre das ja alles einfach. So, er kommt, Achtung, blau, blau, blau. Okay, gelb, gelb. Oh, viel zu spät. Also, gelb, also mache ich blau und gelb direkt hintereinander? Ja, bitte. Okay. So, warte. So, er kommt. So, jetzt? Blau, gelb, blau, gelb, blau, gelb. Ja. Ja. Perfekt. Hier, so, hier ist ein Hebel. Ich mache mal wieder als Hebel. Wer, wer, wer hat mir meinen... Stimmt, du warst ja der Hebelmann hier, bitte sehr. Da, Entschuldigung. Der Hebelmann kennt, der Hebelmann kennt. So, genau. Können wir die andere Seite genau das gleiche spielen? Nee, fast. Pass auf, wenn wir hier drücken. Okay, wir sollen das Ding da runter manövrieren. Oh, yeah. Okay, warte. So, das liebe ich, ja. Okay, warte. Nee. Da. Nee. Das ist da ganz unten. Ja, ist da. Nee, hä? Ja, jetzt habt ihr hier. Okay, warte. Jetzt den. So. Ja, ich habe ihn. Ja, sehr gut. Super. Nee, das funktioniert nicht. Das war blöd. Da kommen wir nicht mehr ran. Das lief früher bei... Nee, nee, der kann runter. Runter, genau. Wir hätten diese Spiele, wo ihr nur einmal die Steine verschieben konntet. Und wenn ihr es verkackt habt, müsst ihr nochmal aus dem Level rausgehen und dann wieder neu reingehen. Wie bei Zelda oder sowas. Warte, wie kriegen wir die Klinge da doch nie mehr runter? Das ist genau. Ich wollte gerade sagen, das ist gerade... Nee, obwohl du nicht. Da, guck mal. Da, ja, perfekt. Alles normal im Step. Und dann der hier, oder? Oh, guck mal, ich mach das hier völlig alleine. Das ist kein Problem für mich. So, jetzt müssen wir noch einmal hier den, den, den... Den, den rechten da. So, und jetzt passt das. Jetzt nach unten. Ja, ja. Ich glaube, hier der ist das, glaube ich. Nee, der war das nicht. Sehr gut. Okay, war das der? Nee. Der? Nee, der dann, oder? Der. Der hier war das, ja, ja. Was? Und jetzt? Da musst du den jetzt irgendwie... Nee, jetzt ist doch noch... Da war ja vorher ein Schalter. Hier, ich hab schon. So, bitte sehr. Da. Nee, hier hinter dir. Ich hab auch noch einen Schalter. So. Dann gib mir auch mal einen. Und hier, und hier müssen wir jetzt hinten. Und hier können wir die... Ja, ich hab einen Schalter. Hier, Christian, einen Schalter. Du bist der Schalter-Man. Ja, ganz ruhig, Max. Ganz ruhig. Max. Raste völlig aus, ey. Ich glaube, ich sterbe so. So, meine Freunde, der leichten und seichten Unterhaltung. Ob der Max wirklich stirbt, seht ihr in der nächsten Folge. Und mir wurde schon mehrfach jetzt gesagt, dass ich mal ein bisschen fröhlicher sein soll, während ich diese Einblenden mache. Von daher. Und dann könnt ihr auf mein Logo klicken, wenn die zweite Folge hochgeladen ist, um direkt da so hingeführt zu werden. Also, klick, 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 klick auf mein Logo. Und dann viel, viel Spaß mit Teil 2 von JungleStream.